Bin ich beruhigt. Baterillo. Ja, gegen Schwermann. Oh, das wird abgefiffen. Ja, und da zückt er direkt die Gäse. Gelb. Muss man dafür jetzt nicht unbedingt geben. Aber ich meine, klar, in so einem Schwitzenspiel wird es auch direkt eine klare Linie. Ja, Steinkötter behauptet sich. Oh, und jetzt kriegt Julian Schwermann die gelb-rote Karte für das Ball wegschießen. Also, man muss ja auch sehen, ich glaube, da hatte er, das war vielleicht eine Sekunde erst gefiffen. Es ist ja nicht so, dass der Spieler jetzt aus Frust den Ball jetzt auf die Tribüne haut.